So, wir brauchen sie nur in der Gruppe So, hallo und herzlich Willkommen zurück zu Corki Wir gehen gar keine Ahnung wo hin Weg raus Gehen wir Wir machen ein bisschen hier Mietenarbeit hier Ja, Kohle 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 So, wir brauchen den bitte Ups Ich bin egal, ich baue Gruppe und schieb, scheiß drauf Oh, oh, er kommt schon Na, na, da kommt noch, seid ihr bereit? Na Äh Muss ich noch was reparieren? Nö, muss ich nicht Gut Und dann komm rüber Oh, wo? Stirn Warte, ich muss ja mal fressen What the fuck, ich bin gleich hier, wenns weitergeht Oh Dörme Aua Ja Los, wir brenn den scheiß vor Ich bin gleich hier, dann muss kurz weg Ich muss kurz weg Jetzt haust ihr so in vier Was ist? Jetzt haust ihr so in vier Oh Oh Scheiße Ja Michi, aber auch Ich bin hier Aua, 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 Aua Ich bin schlecht gestorben, ernsthaft Himmelsring, krit und nahe Ich bin tot ich bin tot ich habe gesagt ich setzten als bank also ich verstanden ich habe nicht mal ein halter mit dass sie den zehn prozent chance dass ein donnerstrahl beim kritischen ja ich bin schon unterwegs irgendwie ich kenne ich bei dem weg auswendiger also diese fehler braucht man haben mit den fehler ist noch was anderes machen aber ich habe gar nichts gekriegt halskette und dann händler kriegt unter die stadt wasser händler noch mal wenn du die spitzhacke willst ja wir brauchen nicht den händler bei der zweite post ist im ozean erst ich weiß nicht bewusst da irgendwo angeht dass ich zu euch kommen links nach links links jetzt noch links ist jetzt gestorben braunen weg oben jetzt geschieht da geschlechtig der das wieder erzählen abgebaut der post also da geht da was ist es wer scheiß kurs weg soll ich mich jetzt einmal gerade nach rechts bauen so jetzt genau links 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 yes ich gucke noch mal raushALL aber es ist sie gar kein ja ich habe gegen ende hin bisschen verkackt beim ausweichen ja ich habe überhaupt keine halterin gar nicht gehabt sowieso komplett op der hat den boss doch bestimmt solo gemacht mein tier ist level 4 erst oma kann dir sogar namen geben das ist das was ich nicht verstehe weil gift diese ungericht ist die heilung geht weg jetzt habe ich die zähle aktiviert blaue kugel an schweben ja aber diese um was machen wir jetzt das nächste gebiet gehen ja du sagst doch das muss gelb leuchten da hast du diese blaue flamme und tut uns anziehen und du hast den nazi aus der seele jetzt ach da ja die wir sind links vom kern ozean ist rechts vom kern bei mir war der rechts vom kern und die wüste bei mir ist rechts die wüste südlich ist der ozean und links oben ist der azios typ ganz komisch bei mir war war ozean rechts und wüste oben jetzt habe ich nichts müssen jetzt habe ich nichts müssen teleportieren ich habe nur grausliche das um futtern das das problem ist jetzt braucht jeder boot die lassen da waren es rechts oder auch mehr sachen fressen ist eigentlich das ja ich habe so viel fucking kacke gekriegt hier hier hohes gras und alle so ne scheiße wo pack ich das jetzt hin das hohe gras kann das wegwerfen das braucht probiert einmal einzustellen das boot oder wie bin ja warte ich brauche mir sachen alles zu klein okay dann braucht jeder eigenes die maz da müssen wir spielen ein bissel ja was gibt es so go karts später ja was gibt es so go karts der on-re-win-wurte hast du den buch zu kaufen und macht dir was lustig was machst du einen druck wie das ist schon mal eine kanzler warte Du kannst da 3 Leben pro Narkauf und Bergbau schauen. Was tut sich das? Boah, Damage gegen Bosse gibt es auch einen Ring. Korallenholt, Herobiten. Zu wenig. Ich probiere es jetzt ein bisschen Korallenholt. So, ich hab' nichts. Ups, ah wasch. Ich mag jetzt nicht extra abbauen für den Scheiß. Ich sag mal scheiß, dass wir eh da ein Boot haben. nein ich meine ich wollte was ausprobieren ich wollte was schauen aber ich mag es nicht extra abbauen nur wegen scheiß spaß ich wollte die große machen das ist eine rakete braucht 10 bomb paprika und 10 schleim ich wollte schauen was das kann ich wollte wissen ob das was kann ich mag es nicht extra schleim abbauen weil wir haben nichts anderes das ist da alles es muss ja ein normales boot bauen außer wir holen sie schnell oktarin stress doch drauf wo rennen deine händler um ich gehe kann das normale boot ist ruhig so auf die ganze scheiße hier freundlich wir haben was wir mal anders gebiet finden dass es wasser wird es gibt mir wasser und willst du noch das wasser muss erst mal ein händler nehmen eine schüttere kennt man den käfer in der wüste nein der kommt ja erst nach dem wasser muss ich sagen sagen deine münzen das bald ist ich verstehe nicht mehr so weh auf die ganze ausgehalten als ich oder ich verstehe nicht mehr ich verstehe nicht mehr als einen verbieten ist das mü hart oder was ist das mü arg und ich verstehe nicht mehr als einen verbieten Das ist der Omorod Scanner. Ich brauche 20 Muscheln, 10 mechanische Teile und Edelsteinerzähne. Ich weiß nicht, wie viele Muscheln ich dabei habe. Wo wird denn die Muschis? Ja, 3 Muscheln. 17 brauchen wir noch. Kann man in die Richtung rennen und schauen, wo das hieß? Was? 50 Skalit Barren? Für ein fucking normales Boot? Boah. Was denn die Mats dafür? Planten, Skalit, was braucht das Ding noch? Mechanische Teile, wo hast du die denn? Ich weiß nicht, wie groß irgendwas da ist. Ach, du hast schon. Noch, du kannst mir mal aussehen, wenn du gerade geschmiedet und gesägt werden. Kann man zuerst die Boden erbauen. Ich baue mir darum, bei den Haus, was ich baue, den Händler hin. Dass ich den violetten Köder kriege. Was wird geschmiedet? Im Ofen wird das Oktarin-Erz geschmiedet. 120 Oktarin-Barren brauchst du. Das reicht nicht, was da drin ist. Sicher. Ich schaue in die Kiste und dann schaue in den Ofen, was da kommt. Hey, 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 cheers, ne? Es dauert noch 500 Jahre, bis die Planken fertig sind. Kannst du dich noch einmal, hättest du nicht nur eine zweite Säge hinstellen können? Nein. Siehst du, dass es kein Platz ist? Nur der Stumpf waren. Ja, aber warum hast du auch 50 Millionen Eierdinger hingestellt? Mit schneller geht's, ne? Ups. Ich habe vier hingestellt, das reicht. So, der Fischhändler ist da. Lila Köder, zehn Geld. Zehn Geld. Ich verkaufe auf Fressi. Dann müssen wir es nachher verkaufen. Gut. So, ich bin ein Lila Köder. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Ich stelle das Brot kurz Hilfe an eins, mit der gibt man nur 5. Ich habe versucht, dass ich mehr Crit-Chan habe. Ich habe versucht, dass ich mehr Crit-Chan habe. 27 chancen also das versunken mehr ja ist da wo ich bin ja ja also das gebiet bei mir ist das schon alle gebieter aus der los ich bin gespazieren ja und die anzeigebieter es nicht so sind es gibt dann nur noch die wüste dann rechts von der basis den weg ausfahren nach rechts ums zur wüste das links oder auch bevor es kommt zu diesen aus ding was oben was kommt zum meer das meer ist dann die machen viel aber die gegner ja ich habe es gemacht schlimmere tentakel aber es gibt schlimmere krebs die sind scheiße also ich nehme mal an so lange mal es brauchen kann ich dann 28 werden kaufmann kampf diese kampf skins level sich so scheißen langsam also ich nehme mal an so lange wie man es noch brauchen kann ich den party zu spänen okay dann bis nächstes mal